Herzlich Willkommen bei GDA5, wieder mal mit einem Rennen, wieder mit den LP, Dave. Er schweigt. Hallo, ich habe nur gerade rübergeguckt. So, wollen wir doch mal gucken, welches Auto nehmen wir denn? Oh, das? Ich nehme aus. Ich mag weiß ja immer. Ja. Bei mir ist schwarz, die Lieblingsfarbe. Okay. Ich frage mich, warum ich immer noch diese Weste habe. Also ich muss mich mal wirklich shopmässig mal darum kümmern, dass ich andere Klamotten anziehe. Das ist ja furchtbar. Global Öl. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Runden ich eingestellt habe. Kann es sein, dass du was mit diesen Röhren hast? Also wir fahren schon wieder so was mit den Röhren. Also das ist... Zwei Runden. Okay. Aber schon wieder so eine Röhren. Das gibt es nicht. Du stehst total auf die Dinger. Gibst doch zu. Weiß ich nicht. Ach, du Highland. Wie fährt man das denn? Einfach eine Lenken. Ach, du Highland. Ach, du Highland. Einfach nur Gas geben. Ja. Ich hatte heute ein Rennen in GTA und das ging eine Stunde und 48 Minuten. Wow. Und die Prozentzahl war auf vier Sekunden. Äh, auf vier Prozent. Ja. Oh, schon hart. Oh, schon wieder so ein Ding? Immer schön Gas geben. Immer schön Gas geben. Einfach Gas geben. Einfach Gas geben. Fuck. Ich habe noch gar keinen Unfall gebaut. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Da. Ich auch, Nonne. Oh, ich bin gerade durch Wasser gefahren. Uiuiui. Die Strecke ist halb unter Wasser. Uiui. Ich gehe mich jetzt eher mehr vom Gas runter, als die ganze Zeit nur auf dem Gas zu stehen. Das ist der große Unterschied bei mir. Ja. Nein. Nein. Äh, ja. Ich werde verrückt. Ich werde doch nicht runtergefallen. Geil. Oh, schaffe ich das? Oh ja. Gerade so. Ich bin einfach mal übers Wasser drüber geflogen. Okay. Uiuiuiui. Und wie findest du die Schrecke? Oh. Also nicht schlecht, also ja, aber es sind immer Röhren bei dir. Kann das sein? Das ist, ich habe das Gefühl, dass die Schrecken so gerne immer mit Röhren und alles sind bei GTA. Aber wir können, bei Warwild weiß ich noch nicht. Weil die Warwilds sind meistens auch bei Rockstar, die sie erstellt haben, meistens schwer. Darum weiß ich noch nicht. Ja, man kann sich irgendwann ran tasten, dass wir andere Sachen machen. Rang erhöht. Hustler. Was? Okay. Ah. 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 Okay. Ach ja, übrigens, ich bin schon in der nächsten Runde. Ja, ich bin 44 Punkte bis jetzt. Uuaah. Okay. Ja, ich konzentriere mich nicht auf die Punkte. Ich konzentriere mich auf das Haaren. Um heil zu bleiben. Ja. Ich eigentlich auch. Zweite Runde. Wow. Also, ich habe das Gefühl, ich fahre hier ein Matchbox-Auto oder so. Alter, es war einfach mal eine unsichtbare Wand. Oh, ist doch schön. Oh, ich habe das Gefühl, 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 ich habe das Gefühl Ich bin jetzt auch über die Wassergegenden rüber. Oha, oha, oha. Durch ne Welle durch. Oho. Glück ab. Doch nicht gedreht. Okay, jetzt da rein shoppeln. Boah, genial. Sag mal, fährst du so langsam und geschmeidig oder fährst du ein richtiges Rennen gerade? Ich fahr eigentlich ein richtiges Rennen. Ich bin jetzt in der Horror wieder. Jetzt in diesen... Kone, komischen. Nein, jetzt geh ich baden. Komischen Looping. Ein Ticken zu schnell. Also einmal bin ich doch dann hier durch. Also, verdammt. Also ich steh jetzt vorm Ziel. Okay. Ich bin jetzt gerade in der Röhre. Wo das Wasser ist. Oh, das ist ja auch wieder ein Stück. Alter. Ich bin einfach mal geradeaus gefahren. Hehehe, geht auch. Ich hasse dieses Rennen. Ich habe gerade mit Maus. Okay. Okay. Hey, wo bleibst du denn? Ich fahr jetzt in die Röhre. Es gibt hier viele Röhren, aber okay. Ich weiß, schwarze, wo das mit den orangenen Dingern ist. Okay. So, ich stehe entgegen, komm. Mir egal. Ganz gerne. Dir ist ja oft das alles egal. Kann das sein? Ähm. Jetzt müsste ich vor ein Ziel sein. Ja. Du kommst da auch. Ja. Jetzt müsstest du es aber reinschaffen, ja? Ja. Ich bin dran. Wunderbar. Ich bin dran. So. Uh. 10.000 Kohle. Und nochmal 1.000 Punkte. Juhu. Schönes davon. Weil das 27. Level. Also ich fand's gut. Ich auch. Aber sehr viele Röhren. Hehehe. Ja. So. So. Wollen wir noch eine? Irgendein. Irgendein Rennen. Irgendwas. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Wir haben. Röhren. Irgendwas, wo man es tanzt. Tief runter. Hast du Bock auf das, was ich. Das dort oben. Neben zufällig. Wo können wir machen? Das ist aber ein Fahrrad. Das weißt du? Ja. Hast du Bock da drauf? Ja, können wir machen. Klar. Was ich nur. Beziehungsweise ist es auf zwei Rädern. Ist das ja. Mal gucken wir mal, was das genau ist. Kenne ich glaube ich nämlich auch nicht. Wartei erstmal ganz viele Wolken. Bei mir auch. Schlechtes Wetter bestellt, wa? Weiß ich nicht. Ich muss mal kurz was gucken gehen. Ja, das okay ist. Radio direkt erst mal aus. Motorräder. Renntyp Standard. Anzahl der Runden zwei. Aktuell, aktuell. Soll ich eh ne Runde machen? Ja, das ist ja ein Motorrad. Kannst du ruhig zwei lassen. Weil ich nach 60 Minuten... Ja, mach eine Runde. Ich mach eine Runde, ist okay. Und dann direkt starten. Los, komm. Hopp, hopp. Mal sehen, ob wir beim Motorradfahren uns auch so komisch anstellen. Das ständigen Drehen. Aber das dürfte mit dem Motorrad eigentlich nicht ganz so krass sein. Da fahr ich lieber eher gegen so Banden und flieg vom Motorrad. Punkt. Super. Das hört sich nach Regen an, wenn ich das so richtig mir so gelauscht hab. Ja, es regnet. Ach, das ist ja toll. Die Sitzung wird gestartet bei mir. Haha, ich kann auch mit dem Roller fahren. Ist ja genial. Genial. Ich hab jetzt irgendwie ein Motorrad genommen. Ja, geht ja auch. Bild eingefroren. Okay. Was hast du denn genommen? Was hast du genommen? Was hast du genommen? Oh, ein Rennen bedroht. Okay. Natürlich mach ich wieder Willi. Wow, das Motorrad ist echt schnell. Das Motorrad ist echt schnell. Und es ist so rutschig. Das Motorrad ist echt schnell. Irgendwie regnet das. Das ist echt übel. Auto im Weg, Auto im Weg. Wow. Ah, Glück gehabt zwischen die beiden. Das Dätter ist eklig. Oh ja. Das hängt irgendwie hoch. Was? Was? Oh, hier ist eng. Ah ja, der erste. Oh. Voll direkt mal erstmal was gegengefahren. Ey, geil. Gehst du zur Wand. Gewonnen. Jetzt. Toll. Ich habe nur gesehen, dass da eine Zielflagge ist. Ich wollte eigentlich abbremsen, aber irgendwie war ich dann schon durch, weil es direkt um die Ecke war. Ups. Gewinner. Yeah. Von der Riesenbrille. Ach, du bist schon wieder raus? Ja, ich bin glaube ich wieder rausgeflogen. Na gut, dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall wieder ein Erlebnis, mit dir Rennen zu fahren. Ich würde mich auf mehr freuen. Ja. Können wir öfters machen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Seht gegenseitige Videos natürlich. Wir verlinken unten in der Infobox uns gegenseitig natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.